Hallo liebe KSC-Fans, zu Ostern gab es gegen Schalke immerhin ein Osterei und ein Comeback von Lars. Auch wenn der Schock natürlich noch sehr, sehr tief sitzt, dass er nach der Saison seine Karriere beenden wird. Heute spricht er mit uns darüber. Außerdem verrät Patrick Drebes, wie wir am nächsten Samstagabend-Topspiel wieder drei Punkte einfahren. Und das Thema aller Themen, das haben wir natürlich auch nicht vergessen. Ihr habt bestimmt schon gesehen, wie herzlich Boudou nach seinem EM-Einzug von der Mannschaft empfangen wurde. Und vielleicht saßt ihr auch vor dem Fernseher, als Georgien das Elfmeterschießen gegen Griechenland nervenaufreibend für sich entschieden hat. Aber ihr habt bestimmt noch nicht gesehen, welche privaten Fotos Boudou bei der Länderspielreise gemacht hat. Aber jetzt ist es soweit, wir schauen mal rein. So, this picture is about my dancing, after our big winning, because it was so emotional. I was front of many people and on the stage. I was without alcohol, I want to say this, because maybe some people think that I was drunk, but I'm not. I was not, and yeah, it was so emotional, I was so happy, and that was the reason why I started to dancing. And I wanted to share the emotion with the people. And when I was watching, when I was watching now the videos, it's so funny, because I think it's not me. Next one, this is one Instagram company who makes cases of phones for iPhone. After my two goals against Luxemburg, in Georgia, people started to speak about that they are following the Buddhism. And they made like this, like this picture about me. And when I see it's funny and it's, I'm smiling, you know, when I see this picture. Next one, this is selfie, front of people, after my dancing, and I wanted to keep in the memory this day. And I took it, this picture, with my Georgian national team photographer. And yeah, it's very funny, because I don't have voice. But I did not care that day, because I was so, so happy, because we did big achievement for country. And we, everybody was enjoying, and I was with them, and I was just singing, Shantan, Shantan Awar, Nura fris nu geshi niya. Shantan Awar, Nura fris nu geshi niya. Shantan Awar, Nura fris nu geshi niya. Diesen Ort hier, wo ich sitze, den kennt spätestens seit letzter Woche ganz Fußball-Deutschland. Denn mit einem Foto von diesem Ort hat Lars sein Karriereende bekannt gegeben. Warum er sich diesen Ort ausgewählt hat, das haben wir ihn im Interview gefragt. Außerdem verrät er uns allgemein, wie es ihm nach der Bekanntgabe ergangen ist. Lars, etwa eine Woche ist jetzt der Instagram-Post her, der uns allen so ein bisschen das Herz in die Hose hat rutschen lassen. Du hast, anders als viele andere Profis, kein Bild gewählt von dir auf dem Platz, sondern von dir auf der Tribüne. Warum war dir das wichtig? Ja, was heißt auf der Tribüne? Das war so ein bisschen da, wo alles angefangen hat. Ich bin ja früher als kleiner Junge hier in der Gegend gerade irgendwann mal gestanden und habe die Liebe zum Fußball entdeckt. Und da hat es irgendwie gepasst, wenn das dann so ein bisschen auch das Ende damit verbunden wird. Und deswegen fand ich insgesamt auch die, ja, der Fotograf von euch hat coole Bilder gemacht. Deswegen habe ich gedacht, das passt ganz gut für den Moment. Definitiv. Sehen wir dich denn dann auch in der nächsten Saison an diesem Platz vielleicht? Ja, mal schauen. Das weiß ich noch nicht genau. Es hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen geändert, mein Blick auf den Fußball. Früher ein Ticken emotionaler, muss ich sagen. Heutzutage beobachte ich, und ich hatte ja jetzt leider in den letzten Wochen öfters mal die Möglichkeit, die Spiele von oben anzuschauen, hat sich so ein bisschen rationaler geworden. Das heißt, ich gucke ein bisschen mehr auf das Spiel selbst, auf analytische Dinge, auf Herangehensweise. Der Fokus des Fußballspiels hat sich im Laufe des Jahres als Fußballprofi so ein bisschen verändert. Deswegen macht es mir auch echt extrem viel Spaß, von oben, von der Tribüne das zu gucken. Und dann habe ich natürlich auch einen besseren Blick auf die beiden Fanblocks, um da alles mitzubekommen, wie jetzt zum Beispiel am Samstag auf Schalke. So eine Entscheidung trifft man ja nicht einfach so. Du hast dich sicherlich sehr, sehr lange damit auseinandergesetzt. Gab es da irgendwelche Gesprächspartner oder Teamkollegen, die dir bei dieser Entscheidung geholfen haben? Ja, ich glaube schon, dass du im Laufe der Jahre Menschen für dich oder Menschen um dich herum hast, die dich ja ein Stück weit besser kennen und die auch ein hohes Gewicht oder deren Meinung ein hohes Gewicht für dich zählt. Und die habe ich natürlich mit ins Boot genommen. Natürlich habe ich es mit meiner Family besprochen, auch mit meinem Berater und auch mit dem einen oder anderen Teamkollegen, mit dem man jetzt schon intensive Beziehungen in den letzten Monaten auch aufgebaut hat und da sich auch mal ausgetauscht hat über die Zukunft, weil man vielleicht auch die gleichen Gedanken hatte oder Entscheidungen hatte. Und das alles hat dann einen Gesamteindruck vermittelt, den du dann einfach mitnimmst. Aber am Ende des Tages musst du es schon für dich selbst entscheiden. Und ich hatte einfach im Laufe der letzten Monate das Gefühl, dass im Sommer einfach der Zeitpunkt gekommen ist. Es war im Winter wirklich sehr, sehr gute, intensive Gespräche mit dem Verein. Und auch die letzten Wochen hatten einen sehr offenen, ehrlichen Austausch gehabt mit dem Trainer oder mit den Verantwortlichen. Aber so für mich ist das Gefühl so in den letzten Wochen entstanden, dass einfach der Zeitpunkt gekommen ist, was Neues zu machen. Und deswegen auch die Entscheidung jetzt letzte Woche so gefallen ist, weil ich für mich einfach das Gefühl habe, dass es das Richtige ist, jetzt die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen und offen zu sein für das, was kommt. Ich habe bei mir und in meinem Bekanntenkreis so einiges an Emotionen erlebt. Es war Schock, es war Trauer, aber es war auch wirklich eine tiefe Dankbarkeit. Was ist dir da so alles an Reaktionen entgegengeschlagen, seitdem du das bekannt gegeben hast? Ja, sehr, sehr viele positive Nachrichten. Und das habe ich eben gerade schon mal gesagt, das kommt dann erst so zum Tragen. Oder es wird einem so bewusst bei solchen emotionalen, wichtigen Entscheidungen, welchen Stellenwert man bei ganz, ganz vielen Menschen hat. Das ist ja nicht nur KSC-bezogen, sondern es waren auch die ganzen alten Vereine. Personen oder Fans haben sich da gemeldet und ihre Dankbarkeit nochmal zum Ausdruck gebracht. Aber auch hier in der Region, auch wenn ich nur ein Jahr da war und vielleicht jetzt die letzten Woche nicht so oft auf dem Platz war, sondern eher in der Hinrunde, hat man doch gemerkt, dass die Leute eine hohe Verbundenheit auch mit meiner Person haben. Und das ist einfach das, was ich nochmal versucht habe auszulösen, als mit meinem Wechsel nochmal ein Stück weit was zurückzugeben, was dieser Klub mir damals ermöglicht hat. Und wenn ich das ein bisschen zurückgeben konnte, ein bisschen getan habe, dann ist das für mich echt viel wert. Und das kriege ich so. Diese Wertschätzung habe ich gerade jetzt die letzten acht Tage enorm bekommen von den Menschen hier aus der Region. Und zum Glück ist die Karrierejahrstand jetzt noch nicht vorbei. Wir hoffen, wir sehen dich noch ein paar Mal auf dem Platz für den KSC. Ganz, ganz vielen Dank fürs Interview, Lars. 2 zu 1, 2 zu 0 und nochmal 2 zu 0. So hat St. Pauli die letzten drei Spiele gewonnen. Und einen härteren Gegner als den Tabellenersten kann man sich aktuell wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber der KSC ist ja immer mal wieder für eine Überraschung gut. Warum? Das verrät Patrick Treves. Pati, wir haben wieder die Möglichkeit, im Topspiel Samstagabends auch unser Saisonziel zu erreichen und die 40-Punkte-Marke zu knacken. Ist das so eine Zusatzmotivation für euch? Das Spiel alleine sollte schon Motivation genug sein. Ich glaube, wenn der Tabellenführer zu uns kommt und dann noch Samstagabend-Topspiel. Ja, das ist an sich schon ein geiles Spiel. Und ja, diese 40-Punkte-Marke, die haben wir ja schon länger vor Augen. Haben uns da ja auch ganz gut rangearbeitet und wäre natürlich ein schöner Zusatz, wenn wir das am Samstagabend dann übersteigen können. Die letzten drei Spiele zu 0. Erstmal ein Träumchen für den Torwart. Wie wollt ihr diese Serie gegen die Torjäger von St. Pauli weiter durchsetzen? Ja, vier von fünf. Wir hatten ja das Spiel in Kiel zwischendurch, wo wir eins bekommen haben. Ja, es wird nicht einfach, aber es ist in dieser Liga gegen viele Mannschaften schwierig, dann die 0 zu halten. Deswegen, ja, nochmal großes Lob eigentlich an die Jungs. Ich habe es Samstag nach dem Spiel schon gesagt. Aber ja, wie wir aktuell auch das Tor dann verteidigen, wie wir insgesamt auch gegen den Ball arbeiten, ist wirklich richtig gut. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in den Spielen wieder. Und ja, kommt dann auch nicht von ungefähr, dass wir so viele Spiele in letzter Zeit zu 0 gespielt haben. Jetzt kommt ja eine sehr spielstarke Mannschaft auf uns zu, ähnlich wie wir. Ist das dann eher von Vorteil oder macht uns das vielleicht Probleme? Ja, ich glaube, dass wir in letzter Zeit schon ein paar Mannschaften hatten, die als spielstark gelten. Ich glaube, Magdeburg ist da ja auch eine Mannschaft gewesen, die sehr gerne im Ballbesitz spielt. Das, glaube ich, macht das Spiel grundsätzlich interessanter, weil wir, glaube ich, auch nicht die Mannschaft sind, die nur Harug-Fußball spielt. Ja, es sind dann immer ein bisschen interessantere, offene Spiele. Und ich glaube, dass wir schon im Hinspiel St. Pauli vor Probleme gestellt haben. Und das wollen wir am Samstagabend wieder tun. Wir als Fans mussten uns bei Spielen, wo wir fest mit drei Punkten gerechnet haben, ja auch schon mit null Punkten zufriedengeben. Andersrum hatten wir aber auch schon Spiele, wo wir Fans gedacht haben, okay, das wird eher schwierig. Und dann habt ihr drei Punkte geholt. Warum ist der KSC immer für eine Überraschung gut? Ja, vielleicht, weil wir so spielen, wie wir spielen. Ja, ich glaube, dass wir so die ganz wilden Spiele wie in der Hinrunde, wo wir dann nochmal vier, drei verloren haben und sowas, dass wir das so ein bisschen in den Griff gekriegt haben, auch abgestellt haben. Andersrum, ja, gewinnen wir teilweise 4-0, 7-0. Also, ja, es geht insgesamt in eine richtig gute Richtung. Wir versuchen da auf dem Weg weiter dran zu bleiben. Und ja, dann bin ich selber auch gespannt, was am Samstag wieder passieren wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es ausverkauft sein wird. Wir freuen uns auch. Auf jeden Fall ganz viel Erfolg euch. Dankeschön. Am K-Samstag gab es für die KSC-Familie gleich zwei riesengroße Gründe, sich zu freuen. Denn das Pokalverbandsfinale für die U15 und für die U17 fand statt. Jeweils gegen Sandhausen und beide haben den Titel geholt. Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite. Und ich würde sagen, läuft beim KSC, so kann es doch gerne gegen Pauli weitergehen. Wir sehen uns im Stadion. KSC, so kann es doch gerne gegen Pauli weitergehen. KSC, so kann es doch gerne gegen Pauli weitergehen. Vielen Dank.